Wunderbar, so freiwillig. Warum kann ich mir von der Vorzüge überzeugen? Umsonst ärztliche Versorgung, komplette Montur, einmal jährlich neu und ein Louis-Dohr im Jahr. Dann bräuchten wir den Nachnamen. Hoffmann. Die Vorlaben. Jürgen. So, geboren. 22, 07, 72. So, sein Beruf. So, dann will du unterschreiben. Ja, ja. Das ist erstaunlich. So, Rekrut Hoffmann. Morgen um 10 Uhr hier ist der Sammelpunkt Abmarsch in die Kolonien. Das ist der Sammelpunkt Abmarsch.